Computersprimme zum Opernsänger singen lassen Song Reading Musik Produktion Autor D. Seltsamek kennt sie. Ich zeige Ihnen hier wie Sie die Computersprache singen lassen können und hier speziell wird aus der Computersprache ein Opernsänger mit richtigem Operngesang gemacht. Mit dieser Stimme hier, mit der ich hier den Text vorlesen lasse, kann ich auch am Computer einen Sänger mit richtigem Gesang machen lassen. Dazu ist es erforderlich, dass der Computer bzw. die Computersprache das von einem Notenblatt ablesen kann und dieses Notenblatt müssen sie natürlich schreiben und sie müssen natürlich auch etwas von Noten verspähen. Man kann dann natürlich die grundsätzliche Stimme nachher noch kräftig am Computer mit einem DAW-Programm für Schöne und es ist besonders wichtig, dass sie dem IDS noch etwas versetzen können, um nachher aus der Computersprache eine richtige Gesangsstimme machen können. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Computersprache das nunmehr als Oper vorsingt oder als Rocket. Es funktioniert alles, man muss nur eben ein bisschen nacharbeiten. Hören Sie sich jetzt nachstehenden an, wie ich mit dieser Computersprache einen Opernsänger mit richtigem Gesang gemacht habe und Sie können das auch im Video verfolgen, welche Schritte dazu notwendig sind, um aus der Computersprache einen richtigen Gesang zu machen. So nun lasse ich diesen Sprecher hier einmal eine Opernary singen. Miau, 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 miau